Produkte, die es ab September so nicht mehr geben wird. Trinzenrolle wird umgenannt in royale Rolle. Dickmann wird nicht zu Dickfrau, sondern zu Dickmensch. Prinzessin Lillie Fee ist dann auch Geschichte und wird zu lilafarbe Wesen mit Flügeln. Und aus Plastik wird Shirin David? Spaß beiseite, aber wer möchte das eigentlich? Niemand will so reden. Ich kann das alles nicht mehr.